viel glück und schönes töten ok wir laufen ganz schnell Richtung hier hin und danach machen wir das hier schnell 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 und weiter Fastest ok direkt zur Shield schnell ich habe niemanden gesehen ich weiß nichts ich weiß gar nichts mir ist hier schnell den Download machen schwarz 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 läuft vorbei null schwarz läuft vorbei da unten Wires könnt ihr machen schwarz läuft sehr viel rum irgendwie ok keine Ahnung wahrscheinlich links oder ist der kill links ja electrical ist der kill weil ich kann warte ganz kurz ich habe blau rechts gesehen schwarz warst du am Anfang auch rechts oder der ist aber jetzt gerade in electrical ja und ich habe ihn gerade gefunden wait und braun war auch mit uns rechts oder also rot war jetzt gerade noch bei mir warte wen hast du gefunden wen hast du gefunden braun oder äh lila ach so lila ok wer hat braun vorher gesehen weil braun war mit uns oben rechts oder nicht mr lsd karotte und schwarz schwarz oder rechts oben rechts war noch rot der war dann zum schluss und wo war weiß ach so jetzt bist du weiß ich bin jetzt gerade bei den hauptraum rechts und pink ich bin grad mit jones von kapitalia runtergelaufen das lasst du jetzt nein bist du nicht und da bist du am ende am ende nein nein kann gar nicht sein weil er unten rechts dann ist dann ist dann der jones dann ist pink stars hey leute leute ich bin warte jones aus navigations nach unten rechts wer hat diesen gelben auf dem kopf mit dem bin ich gerade runtergelaufen ich hab den ja mit dir bin ich gerade runtergelaufen ok warte warte ok warte ich war vorher aber in navigation hab dann gehabt bin dann ich habe orange noch gesehen du hast mit mir die task navigations gemacht gerade ja genau die selben drei wie ich ok vielleicht bin ich echt danach in kapitalia wieder geendet weil ich glaube ich bin echt oben wieder zurückgegangen du siehst du vom bild im hintergrund wo du grad bist ja wer ist wer ist gar nichts so du dir also niemand ist nach oben gelaufen richtigen kapitalia über admin weil ich war da ja es gibt einfach sieben skippen bei sieben skippen jetzt schwarz pink stars keine ahnung ich habe meine sachen gemacht aber ich glaube die beiden haben sich irgendwie verzettelt und irgendeine von denen lügt wahrscheinlich nicht wer keine ahnung wer keine ahnung pink läuft mit mir schwarz läuft mit mir sind beide die sich äh bei der wo sie geschuldigt haben ich bin gucken ob ich jemanden in camps finde roth ist roth orange orange ist in admin blau kommt blau pink ok fertig wir müssen weiß kommt weiß schwarz kommt da oben raus pink orange ist rechts pink ist mitte weiß und rot sind hier mit rot mit irgendwie stirbt keiner ganz komisch liegt auch niemand ist auch keiner schwarz schwarze lachen navigation ich will nur kurz sagen aber ich habe den kreis geseleiter es geht eigentlich du kannst du ein bisschen lauter stellen ich habe ihn schon lauter gestellt also pink hat gerade definitiv also relativ am anfang in der runde simon sass gefakt die taskbar ist nicht nach oben gegangen als er weggelaufen ist also pink war so oder so vorher sass also schmeißen wir sie raus ich würde sagen ich glaube sie ist erst mal er aber ich habe zwei leute den navigation gesehen nikimina schmuss raus lasst sie noch verteidigen er sagt jetzt direkt erst aus dass auch ein bisschen sass ist wenn du ihn ein bisschen verteidigt schon ist schwarz und pink die taskleiste kann auch verzögert sein das ist meistens so ach so das wollte ich auch sagen leute taskleiste scheiße auf taskleiste weil ich glaube das war irgendwann irgendwie verändert auch das ist am ende der runde weiter geht du siehst das nicht immer doch doch man sieht es man sieht es eine sekunde später gefühlt aber nicht immer und noch nicht bei jeder task beim upload zum beispiel beim download nicht nur beim upload ja das ist das ist klar das war schon so beim dritten wiring du kannst da immer irgendwie falsch also du willst mir jetzt sagen jonas deckt pink und ihr beide seine poste aber ich will euch nur sagen dass wir müssen jetzt eh voten ist das haben dass ich nicht immer es ist doch okay jetzt wir haben 20 sekunden ich glaube dass es schauen ist ja wenn man wenn wir jetzt ja dann bin ich auch die ganze zeit auf andere leute einfach ne also sonst klänkisch ist wie es dann schauen ist ja eigentlich verteidigen will ich ich will pink nicht verteidigen leute ich laber nur zu viel ja ich laber also wenn wir jetzt verloren haben dann ist ja klar dass es falsch war okay das ist das ist bestimmt also ich denke mit pink lagen wir auf jeden fall richtig und jonas deckt die das ist immer ein bisschen ganz komisch blau bewegt sich halt gar nicht nur eine frage wer hat gerade den reaktor mit mir gefixt wer war wert ist umgefixt ich gelb oder gelb oder weil ich war zuerst und weiß drin weiß ist nach oben gelaufen ich habe drauf gedrückt denken so okay weiß müsste langsam drücken und anscheinend war hat geld gedrückt also das kam mir gerade noch übelst das war okay oder 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 gauder stimmt es nicht du hast gedrückt ja ich habe gedrückt hoch oder nicht oder ich war oben ja und weiß war unten aber was nein weiß war auch oben also ist jetzt egal was du sagst du schuldig jetzt weiß sozusagen also einer von euch beiden und kein der sass warte nein warte warte weiß wo warst du wo warst du weißt ja wo oben oder unten oder ich bin dann nach oben gegangen wo du dann ja genau warum sagt gauder du warst unten ich war ja als ich reingekommen bin war stunden als ich reingekommen bin aber du hast gerade gesagt weiß war unten ja als ich war eingegangen bin war weiß unten und du oben aber ich kann gar nicht klar wer 80 prozent rot ich glaube das ist irgendwie rot keine ahnung ja wir verlassen jetzt mal rot kann auch komplett wählen sozusagen geht schnell an die camps vielleicht sehe ich was vielleicht sehe ich den einzelnen kill der wo geschnetzelt wird die blau ist in cafeteria blau ist cafeteria blau ist cafeteria blau geht in cafeteria runter weiß kommt von cafeteria weiß kommt von cafeteria blau und weiß okay blau und weiß schnell gefangen jemand irgendwas macht ok weiß Weiß und blau sind zusammen Und rot und weiß Wir haben die so lange gebraucht es ist rot weiß gedrücken Es ist rot oder ich glaube es ist rot weil der nach oben gelaufen ist Rot ist aber nach unten gelaufen Er ist anfangs hochgelaufen mit mir Ja der ist aber zuerst hochgelaufen obwohl ich schon hochgelaufen bin Keine Ahnung Ich fand es mega verdächtig Also um ehrlich zu sein skippen rot oder weiß ist es LSD Karotte Leute 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 es ist weiß es ist weiß Das wollte ich nämlich auch gerade sagen Es ist weit Es ist weit Es ist weit Er hat sich sehr sass verhalten Er hat immer so bisschen was Digga pass auf pass auf Der Aktor geht an Ich laufe nach oben Sehe er läuft auch nach oben Ich laufe nach unten Er verfolgt mich Ich bin nicht nach unten gelaufen Ja vor allem er versucht Du warst vor mir da sogar Du warst vor mir da und bist nicht oben hingelaufen Du hast mich nach unten hin verfolgt Ich bin jetzt gerade nach unten gelaufen Ganz kurz ganz kurz Leute gelb wenn du es nicht bist dann musst du entweder für mich oder weiß wo Ja ich weiß Aber ich vote einfach gar nicht Es ist weiß Jonas von LSD habt für weiß gewotet Es ist weiß Ich vote für weiß Es ist weiß Und warum Es ist weiß Weil ich weiß ist Wenn du es nicht bist Digga Wenn du es nicht bist musst du für mich oder weiß voten einfach Ganz einfach Und dann vote für weiß Ich verstehe nicht wieso ihr überhaupt votet weil das wäre eigentlich sinnvoll Ja ja aber trotz Na gut ich folge euch jetzt einfach mal und mach weiß Also keine Ahnung Aber das ist nicht klug gewesen theoretisch Nee auf jeden theoretisch vom Ausschuss Also von der Spiellogik her war es nicht gut Aber Okay nice